Hallo und herzlich willkommen zu So geht. In diesem Video sind wir bei Schüler Online. Mit diesem Portal könnt ihr euch ganz einfach und bequem online bei der weiterführenden Schule eurer Wahl bewerben. Einzige Voraussetzung ist hier, dass die Schule auch teilnimmt. Und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, was ein Rang ist, beziehungsweise was eine Rangfolge ist. Und das Ganze gilt für Niedersachsen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Schüler Online. Lasst mich vorweg kurz klären, dass ich nicht zum Team der Entwickler gehöre. Aber ich weiß, dass die Entwickler der Plattform die Kommentare lesen und sich über jedes Feedback freuen. Also ab damit in die Kommentare. Ich nutze hier eine Demo-Version, deswegen steht bei mir immer Demo B. Ihr müsst einfach nur schüleranmeldung.de eingeben. Den Link findet ihr aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Nachdem ihr euch eingeloggt habt und eure Daten vervollständigt, landet ihr immer auf dieser Startseite. Und ihr seht schon hier, ich habe drei aktuelle Bewerbungen in Niedersachsen. Und die wollen wir uns mal angucken. Und genau da finden wir nämlich den Begriff des Rangs. Ihr seht das hier. Ich habe mich dreimal beworben und an drei unterschiedliche Schulformen beworben. Und das kann ja durchaus auch sinnvoll sein. Ich erkläre das vielleicht mal an einem Beispiel. Zum einen kann es ja sein, ich habe jetzt mal berufliches Gymnasium Technik. Und hier auf Nummer zwei berufliches Gymnasium Gesundheit und Soziales. Schwerpunkt Ökotofluki. Kann ja sein, dass ihr sagt, diese beiden Sachen, die gefallen mir echt gut. Technik finde ich irgendwie am besten. Aber vielleicht wird die Schulform ja auch voll und ihr könnt da gar nicht genommen werden. Also habt ihr quasi einen Plan B, so ein Backup. Ja, das könnte das sein. Und zweites Beispiel, das habe ich jetzt hier mal auf Position drei gepackt. Ihr seid zurzeit auf einer Realschule und es ist überhaupt noch nicht klar, also ob ihr den erweiterten Realschulabschluss bekommt oder den normalen. Und an einem Gymnasium könnt ihr euch ja nur mit dem Erweiterten bewerben. Also könnte es sehr wohl auch Sinn machen, dass man sagt, ich bewerbe mich auf ein Gymnasium, berufliches Gymnasium hier zum Beispiel. Und weil es irgendwie so ganz eng ist, mache ich vorsichtshalber noch irgendeine Bewerbung oder habe ich noch eine Bewerbung mit dem Realschulabschluss, falls das mit dem Erweiterten nicht klappt. Und das habe ich hier mal gemacht. Das ist jetzt zum Beispiel eine Fachoberschule. Solche Sachen sind dann möglich. So, ich mache die beide erstmal wieder zu. Also es kann sehr sinnvoll sein, sich an mehr als eine Schulform zu bewerben. Und das Ganze geht hier erstmal nur in Niedersachsen. Und jetzt habe ich ja Rang 1, habe ich ja eben das berufliche Gymnasium Technik, 2 Ökotrophologie und 3 eine FOS. Und jetzt kann es natürlich sein, dass ihr sagt, oh nee, auch da habe ich mich ein bisschen ein paar taten. Eigentlich wollte ich ja Rang 2, die Ökotrophologie, oben haben. Dann macht ihr hier das mit diesem Pfeil auf der rechten Seite auf. Und seht, ihr habt hier die Möglichkeit, den Rang zu ändern. Dann klickt ihr drauf. Jetzt könnt ihr sagen, nee, wollte ich doch nicht. Oder ihr schiebt dann eben einen nach oben oder einen nach unten. Ich schiebe mal einen nach oben. Und jetzt seht ihr, jetzt ist das berufliche Gymnasium mit dem Schwerpunkt Ökotrophologie. Schweres Wort. Wenn ich hier also jetzt keine Chance habe, was ich klasse, wird voll. Rang 1, ich werde abgelehnt. Dann habe ich immer noch die Chance, im Rang 2 genommen zu werden. Und wenn ich da abgelehnt werde, im Rang 3. Okay, so müsst ihr mal gucken, was für euch eine gute Rangfolge ist, eine gute Reihenfolge ist. Das ist, was ihr am liebsten machen wollt und das, was ihr am zweitliebsten. Und vielleicht, wie in diesem Beispiel, was ihr auch noch als drittliebstes machen wollt. Und dann stellt ihr das so ein. Und für dieses Video soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.